Hallo, hier ist Sonja und wir spielen heute eine weitere Adventure-Map und zwar... Ich glaube, es ist eine Puzzle-Map, ist das korrekt? Nein, es ist Abandonet Isolation, Apriseo, Escapé. Ja, wir sind isoliert und brechen aus dem Gefängnis aus. Wir sind isoliert und wir... Was ist denn? Jetzt seh... Okay, tschüss. Ja, wir sind allein. Okay? So, erster Tipp. Okay, nicht schummeln. Wir versuchen es. Zweiter Tipp. Du wurdest allein gelassen. Isoliert. Oh, jetzt müssen wir einen Weg aus dem Weg finden. Okay, wir müssen einen Weg... Richtig. Man kann durch Wände brechen und sich durch Zellen graben. Küsten finden, Schlüssel finden. Okay, also erstmal Power anschalten. Ich hab schon eine Küste gefunden. Und dann in die Lüftungsschächte. Guck. Viel Glück. Grinding Tool. Grinding Tool, okay, das heißt, damit kannst du durch die Wände... Die Korallenblöcke abbauen. Okay. Hä? Ach so, das sind tote... Das sind diese Dingsblöcke hier. Tote Feierblöcke. Gut. Du hast den Korallenblock abgebaut. Erfolgreich schon. Das ist gut. Wir müssen jetzt schauen. In einem ist bestimmt irgendwas dahinter. Ja, ja. Da ist irgendwo eine Kiste. Oder das ist schon die Kiste, an die du dran warst. Ja. Wie ist das? Hier ist nix. Welcher sagst du? Oh, ich sagst es sind die zwei in der Wand, wo wir durch können. Auf jeden Fall. Okay. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es macht ja nur Sinn. Da steht ja Breakthrough Wars. Hast du die kompetente Ausbildung als Ausbrecher? Ja, ja. Die haben wir, oder? Ich meine, wir sind ja schon aus vielen Gefängnissen ausgebrochen. Von den besten Pandas der Welt. So. Okay. So. Ich sehe, hier ist irgendwas. Okay, warte. Hier können wir aber noch nicht rein. Das ist nicht gut. Leute, kommt man irgendwie... Ich versuche es zu klicken, aber da ist nichts. Hier in der Wand. Oh, hier oben ist noch was. Das ist, die wollen dich austricksen. Das ist ein Trickster. Hier. Wo hast du das denn? Oh, die Kiste. Kann auf gechisselten Quarzblock platziert werden. Okay. Haben wir irgendwo gechisselten Quarzblock? Nö. Oder? Jedenfalls nicht bis jetzt. Obwohl wir können natürlich auch die weiteren... Ja, hier ist irgendwas, oder? Warte, kannst du das abbauen? Nein, ich kann nur diese komischen Blöcke abbauen. Ja, aber wollen wir da noch den letzten abbauen, der in der anderen Zelle ist? Nur um zu gucken, ob... Oh, nee, hier sind noch ein paar mehr. Aber nicht, dass da irgendwas drunter ist, was wir brauchen. Ich sag nur, weißt du, vielleicht ist da ja irgendwas und dann aktiviert sich was. Oder was weiß ich. Was soll es hier geben? Ich wüsste so... Oh, guck mal, dann geht es nämlich weiter. Okay, okay, okay. Weiter, bevor wir das machen, oder? Okay. Aha. Wenn du mal runtergehst, dann bäuch ich mal die restlichen ab. Ja, okay, okay. Ich glaube aber, die anderen sind nicht wichtig. Ich glaube, der hier war gut. Okay, wir kommen hier jedenfalls aus der Zelle raus und sind in dem großen Gang, wenn man drunter geht. Und man kann in die Nachbarzelle. In der Nachbarzelle ist... Oh, wir können raus! Da ist ein Bett. Gute Arbeit. Und mich selber. Ähm, genau, wir können raus. Und wir können... Das ist schau mal, ob ich hier... Es gibt relativ viel, was ich... Ich guck mal, in welche Zellen man so kann, damit man... Wenn du irgendwo einen Quarzblock siehst, dann kann ich auch machen. Quarzblock... Hier ist Redstone, falls dir das hilft. Oder dich glücklich macht. Hier ist eine offene Zelle. Ich glaube, das soll Blut darstellen. Hier, hier leuchtet es. Ich gucke, hier bringt was. Okay, okay. Ich glaube, das heißt, wir sollen hier reingehen, aber hier ist... Ja, da sollen die Leute sein. Okay. Hier ist nichts. Die in Saßen. Du sagst, aber da, wo es blinkt, ist nichts. Ich schau mal nach hinten. Hier geht es ja weiter. Okay. Okay, das ist schade mit dem Blinken. Oh, man kann... ...nen Hinweis kriegen, wenn wir gar nicht weiterkommen. Und hier geht es weiter zu den elektronischen Sachen. Hier geht es hoch. Okay, warte, ich bin unterwegs. Wo geht es denn hoch? Ist da irgendwo eine Leiter? Links ist so eine Treppe. Warte. Ah, hier. Okay, LC. Das ist schon mal gut. Hier kann man nicht rein. Hier ist schon... Genug auf die andere Seite. Ja, klar, gute Idee. Okay. Hier ist... Hier ist eine Kiste. Echt? Ja. Aber hier kommt man nicht rein. Ich will hier rein. Nee, da waren wir drin, das ist ja unsere Dings, oder? Ist es unsere? Ist es unsere Zelle gewesen? Ah, okay. Ja, wo die ganzen Löcher sind. Ah, ja, okay. LC. Und hier ist ein Button. Oh, warte mal. Ja, hier müssen wir, glaube ich, nochmal rein. Also, nee, war einer von uns. Ach so. Weil da war die Kiste oben. Ich glaube, sonst ist hier nichts. Warte, die Kiste oben haben wir aber. Du musst rauskommen. Ja, ja. Okay. Den brauchst du für später, wo der Schalter war. Okay. Was ist hier noch was? Hier scheint nichts zu sein. Scheint ebenfalls nichts zu sein. Ist ja langweilig hier. Okay. Was heißt, wir müssen, glaube ich, zurück. Okay. Warte, vielleicht auf die andere Seite einfach, wo die Treppe war. Nee, nee, nee. Ja, wir müssen aber schon, wo der Schalter hin muss. Okay. Aber ich sehe keinen Quarz. Nirgendwo. Ja, aber wir waren noch nicht... Also, das hier ist Quarz. Ja, ich weiß, wie Quarz aussieht. Ich sehe nur keinen. Aber wir müssten... Ja, genau. Wir müssen... Das ist dieses Spezielle. Was ist hier? Okay. Aber vielleicht kann man hier auch irgendwas machen. Hinweis! Was? Turn, call, cell, howl, oder was? Stimmt, wir müssen die Power aktivieren. Stimmt. Wo ist denn das? Bei dem elektronischen... Warte, komm mal mit. Vielleicht ist da Quarz, oder? Bei den elektronischen Sachen. Komm hoch. Hier geht's weiter, glaube ich. Warte. Hier, schau mal. Oh, nice, danke. Hier ist auch einer. Locker muss wieder rein. Wusste ich. Hab ich gewusst. Guter Anhaltspunkt. Da hätte ich darauf geachtet. Okay. So, ist hier irgendetwas. Hier ist auch noch einer. Okay, dann grabe dich durch. Ich gucke jetzt hier oben. Glaubst du, das ist wirklich the way? Ich glaube, das ist the way. Aber da hinten... Ich sehe da hinten eine Kiste, okay? Ich will zu der Kiste da hinten. Echt wo? Ja, wenn du da guckst, aber da kommt man nicht hin. Ach, da ganz hinten. Ganz, ganz hinten. Okay. Ich glaube, so weit hier ist jetzt nichts, was wir weitermachen können. Die wollen uns hier alle täuschen. Das finde ich nicht in Ordnung. Oh, okay, okay. Warum? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Flo. Würdest du sagen, wir sind schon Ausbruchsexperten mittlerweile? Würdest du sagen, wir sind wirklich gut in diesen Maps? Es gibt ja überall immer so dieses Escape Room Zeit, gell? Wir wären so weit. Wir würden es nicht schaffen. Wir würden es nicht schaffen. Ich habe nur eine Stunde mit mir rausgelassen. Oh, okay, komm, das ist nice. So, das bringt uns jetzt was? Ich weiß es nicht. Meine Katze... Ich habe in unserem Raum gebraucht. Meine Katze hat irgendwas aus dem Müll geholt, rennt jetzt damit im Maulraum und knurrt, wenn man es ihr wegnehmen will. Nice. Oh, nice. Nice. Ja, jetzt gehen wir hier rein. Das ist wunderbar. Oh, und hier ist noch eine Kiste. Leiter kann auf Bone Block platziert werden. Hier. Nice. Jetzt habe ich gefühlt, jetzt sind wir drin. Jetzt sind wir im Rollen, sage ich. Bone Block. Wo ist ein Bone Block? Okay, ist hier noch mehr? Nee. Oh, warte, warte, warte. In der Zelle hier nebenan. Nee, Moment. Hä? Okay, ein Knochenblock. Knochenblock, Knochenblock. Das ist ja irgendwo mit Knochenblock. Aber schau mal, ob irgendwo Cobblestones vielleicht sind. Wir können... Hier ist überall Cobblestones, oder? Ja, aber da komme ich dran. Wir können das hier abbauen. Und dann? Was? Vielleicht können wir dann da rein in die Zelle. Meinst du? Ja. Vielleicht ist da drunter was. Okay, und dann? Vielleicht so. So. Nö. Okay. Ich sage, wir müssen zurück in die erste Zelle. Ich dachte, es war gut, dass wir das nochmal abgebaut haben. Ich glaube, das war wirklich eine clevere Entscheidung von uns. Nur mal sicher, gell? Ja, ja, sicher. Oh, warte, was du denkst. Hier ist ein 2-Block-Hurkoppel. Ja, das ist locker ein Geheimgang. Okay, warte, wo bist du? Ich folge dir. In unserer Zelle. Ah, perfekt in unserer Zelle. Ja. Au. Oh, okay. Oh, warte, hier ist Quarz. Oder? Lüftungsschacht. Lüftungsschacht. Kommen wir da rein? Ihr nicht? Okay. Aber vielleicht geht es da weiter. Wie glaubst du das? Nö. Es hat nur die ganze Luftpulse davor hier. Woher? Woher? Ich weiß es nicht. Okay. Ähm, jetzt müssen wir wieder nach unten. Okay. Alles Teil des Plans. Alles Teil des Plans. Okay, wir gehen runter. Und jetzt müssen wir schauen, wo Kobbelst und Zentrum. Ich habe keine, was wir machen müssen. Wobei, überlegen, okay? Okay. Pass auf. Ich sage, wir müssen nochmal zu diesem kaputten Dings. Ich sage, wir müssen... Stimmt. Oben zum kaputten. Gute Idee. Ich bin oben beim kaputten. Ja, hier ist auch Kapitän. Hier ist die Kiste. Hörst du, dass der knurrt richtig? Ja, der brummt. Ja. Der brummt. Zellen-Key. Kann auf Cyanen... Okay, wir können eine Zelle aufsperren. Aber welche? Die können es doch fucking sehen. Ohne Mist. Die Kiste, die du gerade einfach casual aufgemacht hast. Damit habe ich gefühlt eine Viertelstunde gestruggelt gerade. Dann habe die Kiste gesagt, ich komme nicht an die Kiste ran. Die meintest du? Ja, die meinte ich. Nice. Goddammit. Warte. Okay. Wir suchen weiter Boneblock. Ist das korrekt? Nein, nein, nein. Ich habe einen Button. Ich kann eine Cyanen-Zelle aufsperren. Aber ich weiß nicht, welche. Eine Cyanen-Zelle? Ich habe das Gefühl, ich kann sie einfach falsch machen. Das ist richtig. Da sollten wir nicht überreagieren. Okay. Ich glaube, viel mehr gibt es nicht. Also wir können eine Cyanen-Zelle eröffnen, aber welche? Vielleicht... Warte, es gibt doch eine mit dem Redstone drin. Vielleicht die, die geblinkt hat. Das ist gut. Oder... Schau mal, wo waren die? Ich weiß es nicht. Aber das sehen wir. Die blinkt ja. Sehen wir die? Die blinkt ja hoffentlich immer noch. Warte. Ich habe die war hier hinten irgendwo. Blinkt hier was? Nö, jetzt bringt hier nichts mehr. Die blinkt nicht mehr. Doch Mist. Hä? Aber die müsste ich doch noch blinken, oder? Weißt du... Ich sage hier, guck mal. Ich sage, die wollen dich mit dem Redstone irgendwo hinleiten. Katze, kannst du bitte aufhören, so laut zu sein? Ja. Ja. Schau mal. Oh, nice. Hier kommen wir da durch. Oh. 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 Kiste. Oh, ganz viele Leiter. Nimm die mit. Okay. Alle auf Quarzpillern können die platziert werden. Okay. Okay, hier ist noch... Achso, das war die von vorhin. Ja. Eine verbauen. Die ist noch in der Kiste. Okay. Schalter auf chiseled... Auf chiseled stone bricks. Irgendwie. Ich habe das Gefühl, wir haben viele Sachen beim Finden. Die ganzen Platziermöglichkeiten nicht. Warte, Ronja. Hier. Auf geht's. Also, wir müssen... Nein, 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 ist okay. Ist okay. Wir haben mal die Sache, okay? Das ist schon mal... Wenigstens etwas. Das ist schon mal besser als die... Oh, okay. Hier ist ganz viel Kabelstone. Das kannst du alles fertig abbauen. Boden, Boden. Hier, hier, hier. Oben ist noch Kabelstone. Stimmt, hier ist ein Boden an uns. Nee, ich meine nicht am Boden. Ich meine den oben. Oh, ist noch Kabelstone. Kannst du den nicht nach abbauen? Nö, das ist eine Mauer. Au. Sorry. Okay, die Frage ist jetzt nur... Oh. Komm hier wieder raus. Ey, Ronja, sagst du, wir sollen einfach hier unten unter der Tür... Boah. Also, das geht gar nicht. Geht das nicht? Oh, schade. Oh, ich sagen wollte, hier drüben ist in der Wand Kabelstone. Da können wir jetzt, glaube ich, rein. Oh, ja, klar. Und du weißt, was hier für ein Schild stand? Power Electrics. Oh, okay. Das heißt, wir sneaken uns einfach hier rein. Oh, hier geht's in die Lüftungsschächte. Da kommt man aber erst... Ja! Nice! Wir haben das Licht angemacht. Okay, wollen wir... Ja, oder? Ja, guck, jetzt geht alle nacheinander an. Äh, warte, ich will dich hier nicht aussperren. Können wir jetzt in den Lüftungsschacht? Oder kriegen wir irgendwie Access zum Lüftungsschacht? Nee, wir haben jetzt Dings... Lass mal in den ersten Lüftungsschacht. Ich glaube, das sind die Fallschirren jetzt offen. Kann das sein? Äh, kann das sein? Stimmt. Warte, steht hier noch irgendwas? Ach nee, das sind nur die Hinweise. Okay, gehe. Aber ich hab das Gefühl, wir sind schon gut dabei. Ich hab auch noch Leitern ohne Ende. Das heißt, wenn wir am Ende Leitern brauchen... Ich hab auch noch einen Dispatchroom Key. Cell Key. Ich hab so viel. Okay, das ist gut. Ich mein, es ist immer besser, die Items zu haben, als sie nicht zu haben. Wie bist du da reingekommen? Ja, hier ist offen. So. Ich komme... Warte, warte. Ja, Anja, hier geht's weiter. Doof. Die Lanz zu sprengen. There. Ja. Oh, warte. Warte, wo bist du jetzt? Nee, du musst... Oh, oben. Nein, ich bin gefallen. Okay. Jetzt sind wir hier. Wir sind im Lüftungsschacht. Richtig. Im neuen. Countryyard. Nö, hier geht's draus. Ähm. Lass mal hier schauen. Schau mal hier. Ich schau... Jetzt im Pausenraum. Rechts neben dir. Schau mal in die ganzen Zelten hier. Irgendwas kannst du hier? Hier ist eine... Vending Machine steht hier. Also... Kaufs, Dings. Hier ist irgendein Lüftungsschacht. Oh, hier ist ein anderer Lüftungsschacht. Enderellis. Warte mal, ich guck. Oh, nice. Hier ist... Oh, was weiß ich? Hier ist irgendein Block. Hier kann man bestimmt irgendwas machen. Das sieht aus, als ob man das damit öffnen kann. Bei dem, äh... Echt? Beim Lager. Ja, komm mal zu mir. Hast du doch irgendeinen Knopf, den man da drauf setzen kann? Oder irgendwas? Oh ja, oh ja, oh ja. Weil das sieht aus, als ob da was drauf soll, oder? Wenn du hier guckst. Hier fühl ich nix. Hier ist was. Was denn? Oh. Akazienholzkasse abbauen. Hier ist ein Schalter. Der macht irgendwie Sand. Ich hab das hier geöffnet, weil uns hab ich die Kiste abgerett gemacht. Ah, okay, okay, okay. Watchroom. Schwarze Wolle. Hier geht's hoch. Okay, schwarze Wolle merken wir uns. Dann wissen wir, dass es scheitert ist. Und hier ist... Oh, warte, hier können wir weiter raus. Nee, können wir nicht. Ah, okay. Oder vielleicht mit ein bisschen Parcours... Warte, hier ist ein Pfeil und Bogen und Schwert. Jetzt hab ich gerade gedroppt, weil der Kiste uns kannst du haben. Ah, okay. Falls mal Zombies kommen. Jetzt hab ich da Zombies kommen. Timber darf ich den Eintritt wegwerfen. Okay, jetzt hab ich Korte. Wesse, vielleicht brauchen wir es noch. Das eine ist nämlich jetzt Taser umbenannt. Oh, nice. Nice. Okay, was heißt, wir kommen jetzt sogar wirklich raus. Äh... Hier ist der Helikopter gecrasht. Ja, wunderschön. Schraub dir irgendwo... Diese komischen Abbaubar... Hier ist Cobblestone. Hier ist ein Cobblestone. Nee, das ist so eine Mauer. Das ist ein anderer Block. Das sieht gleich aus für mich. Äh... Hier. Hier ist die Cobblestone, oder? Ist das Cobblestone? Auf Pupu-Block kann ich das platzieren. Oh Gott. Es ist ja überall. So ein Lila... Warte mal, ist locker noch mehr. Wir können hier oben rein. Ehrlich? Warte. Ich jump and rune mich zu dir. Aber ich muss sagen, ich mag an der Map, dass die Jump and Runs wirklich minimal gehalten sind, ja? Die sind kaum existent. Oh, hier ist die Kiste, die du nicht öffnen konntest. Oh. Schön, dass du es nochmal dazu sagst. Das tut nicht weh. Ist nicht verbrennen. Ist irgendwas? Ich glaub nicht. Oh, warte, warte. Da hinten ist irgendwo blau. Können wir da vielleicht was machen? Oh nein, jetzt brenn ich auch. Wir können eine Blauzelle öffnen. Mann, hier ist einfach nur so blau zur Deko. Das ist ja blöd. Okay. Ist egal. Komm jetzt. Wir kriegen das hin. Okay. Kitchen Hatch Key? Okay. Wo ist Kitchen Hatch? Warte, was ist das hier? Hast du für den Stein einen... Äh, für den Hausmeister? Ne, hab ich nicht. Irgendeine Küche. Wüsst du, wo die ist? Nö, ich weiß nur, wo die Cafeteria ist. Vielleicht ist das mit der Cafeteria, oder? Meinst du? Oh ja, vielleicht ist die Küche bei der Cafeteria. Quasi bei der Theke. Oder? Oder? Das könnte doch sein. Weil hier... Vielleicht dahinter? Weißt du, wenn du dahinter gehen würdest, wäre da die Küche? Stimmt, aber du brauchst erst einen anderen. Okay, okay, okay. Akazienholz können wir abbauen. Okay, übrigens. Okay, warte, aber hier sind doch... Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Schau mal, ich glaube, wir müssen irgendwas abbauen. Okay. Ich suche nach dem Akazienholz, okay? Hier. Okay, Station Storage. Auf toten Korallen. Ich glaube, das ist dort hinten. Okay. Das ist die tote Korallen, das wir am Anfang hatten, oder? In der Zelle. Also mitkommen. Ich glaube, mit. Ich bin schon wirklich voll auf Gefängnismodus hier. So. Ich glaube, wir müssen hier rein. Aha, aha, aha. Genau, dann. Guck, jetzt habe ich den Drehack aus. Aber stell dir mal vor, wir hätten das einfach abgebaut. Und dann hätten wir verloren, oder wie? Ich meine, was, wenn wir einfach nur gründlich sind und das abbauen? So. Hup. Jetzt können wir einen von diesen komischen Dingen hier öffnen. Okay. Das ist schön. Welche? Das. Okay. Indie Super Storage, die voller Kisten ist. Die ist leer. Die ist leer. Da ist ein... Vent-Tool. Wir kommen in den Vent. Okay, mitkomm jetzt. Mitkommen. Hat dich da was geprägt, Flo? Okay, so. Ich glaube, jetzt haben wir es langsam. So. Ich glaube auch, es läuft, oder? Wir sind ein gutes Team. Ja, komm. Ich würde sagen, wir sind ein absolut fantastisches... Warte, wir müssen nicht hören. Wir müssen, äh... Du musst direkt mitkommen. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Alles gut, Ronja. Ja, okay. Ich befreie hier nur die Befehle. Genau. Da müssen wir... Wir können immer noch eine Zelle aufsperren, übrigens. Okay, das ist schön. Wir müssen aber jetzt in den Vent. Oder auch, wie gesagt, Lüftungsschacht. Baue es auf. Ich baue es auf. Baue. Sehr gut. Danke. Weiter geht's. Oh, was? Hier ist blau... Hier, lila, lila, lila. Ist hier irgendwas. Hier, können wir Leiter platzieren, oder? Wo? Ja, ja. Auf dem Pillar. Aber das ist doch... Ist das Skelett-Block? Nein, nur vier Leitern. Ja, ist das Skelett-Block? Nein, das ist... Skelett war was anderes. Gehebt die letzte Leiter auf. Ich hab die mir nicht aufgehoben. Ich hab die benutzt. Oh nein. Ja, ja. Aber die brauchen wir bestimmt nicht. Ist es bestimmt für dumme Leute gemacht. Okay, ich bin jetzt draußen. Hier sind viele Kisten. Viele leere Kisten. Aber guckst du doch in den Öfen. Ich guck nicht in den Öfen. Guckst du in den Öfen? Ich schau in allem nach. Okay, jetzt guck ich in die Öfen. Da ist nichts. Das ist alles leer. Hier ist noch eine Kiste. Da ist ein System-OP-Key. Kann auf toten Horn-Korallenblut gesetzt werden. Sehr gut. Hier soll noch was drin. Okay. Oh. Nix. Oh, schade. Oh, jetzt sind wir hier. Warte, wo sind wir hier? Oh, okay. Ich sehe schon. Ich sehe schon. Front-Key-Kan-of-Betrocks. Oh, hier ist die Küche, hier ist die Küche, Küche. Ja, Kitchen-Hatch. Nö. Nix. Ich dachte, du hast einen Key. Ich will in die Küche. Also Front-Key 3. Eine von drei Keys haben wir. Oh, okay. Alles klar. Und deiner muss hier irgendwo hin. Komm, ich habe jetzt... Genau, das ist der OP-Key-Key. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir sind gute Gefängnisausbrächer. Vor allem hier ist ich mein Bedrock. Okay. Warte, hier sind aber auch... Ja, ist ja egal. Bäm. Oh, nice. Okay, zack. Umgelegt. Entschalter. Was gibt es denn hier? Hier ist nichts. Oh, warte, hier ist bestimmt was. Hier ist... Janitor-Rumki. Nice. Hausmeister. Mitkommen. Alles klar. Wir haben es. Wir haben es. Das ist es, Ronja. Ja, das ist es. Ich sage, wir gewinnen es jetzt. Ich spüre es auch. Hier. Ich spüre die Freiheit. Ich auch. Ich sage, ich meine... Das läuft hier auch gut. Heute. Okay. Hier ist nichts. Hier drunter ist nichts. Hier ist wieder eine Kiste. Unauffällig. Hast du schon genommen? Back up with the tech. Nice. Ich weiß. Warte, kann man die Schalk... Ist das nicht so ein Schalkerbox, den man aufmachen kann hier oben? Ist egal. Ich habe die Lösung für alle Fragen. Oh, das ist gut. Aber ist die... Okay. Gut, danke. Jetzt müssen wir hier hin. Mhm. Und dann? Was ist das denn? Müssen wir... Front Key 2. Nice. Okay. Und dann? Hier ist ein Schießstand, glaube ich. Ah, ne. Ist schon ein Gespräch. Ich frage mich, was das für Säulen sein sollen. Die sind überall. Okay. Uns fehlt es noch. Wir brauchen Front Key 3. Ich habe übrigens auch eine Musikdisk gefunden. Falls es dich freut. Ne, das waren nur Gewichte, glaube ich, so alles Ding. So aus. Okay, dann habe ich sie aus Versehen. Genau. Ist egal. Okay. Gab es noch einen zweiten Weg, ich bin dem Lüftungsschacht? Weißt du das? Äh, ich bin... Da war geradeaus dieses Lieder noch und dann sind wir nach links gegangen. Also vielleicht, wir können noch einen Lüftungsschacht. Alternativ. Wir haben jetzt zwei von drei. Wir brauchen wirklich noch einen einzigen. Haben wir dann gewonnen. Dann haben wir gewonnen. Das ist gut. Ich gewinne gern. Gewinnst du auch. Gern. Ja. Bist du da? Ich bin da. Noch nicht eingepennt? Nein. Ich habe mich nur gestreckt. Mir ist gerade aufgefallen, hier ist Pupur-Dings. Das habe ich vorhin gesagt. Du hast mir nicht zugehört. Und hier musst du eine Leiter platzieren. Ich habe es gesagt. Da war ich zu sehr in dem... Äh, ich dachte, wir müssen hier... Wo muss ich die Leiter platzieren? Irgendwo hier am Boden. Probier mal überall. Hier. Bodenblock. So, und jetzt? Hier ist nichts. Hier ist nichts. Watch the storage. Oh, perfekt. Weiter geht's. Gründlich alles checken. Alles durchgesucht. Nicht, dass wir nochmal hierher messen. Langsam müssen wir hier alles durch haben. Das ist echt so. Das kann ja nicht sein. Das ist so doof, diese Tür-Slaps zu benutzen. Irgendwie geht die Tür mal vor mir zu. Stell dir mal vor, wir sind echt ein Ausbrecher. Und einer von diesen Keys wäre zufällig nicht da drin. Überlegt mal. Warte mal. Okay, warte. Hier haben wir schon. Hier, ja, 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 ja. Okay. Und hier ist... Warte. Front Key 1. Warte, haben wir jetzt alle? Ja, aber... Warte mal. Warte, soll ich hier... Eigentlich schon. Können wir jetzt einfach raus? Nein, 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 uns fehlt noch der Weg zum Raus. Hä, der ist doch schon draußen, oder? Ja, wir kommen... Hinter dem sind alle drei zu platzieren. Aber wir müssen das hier mal öffnen. Oh. Und ich kippe mal ein alterer. Vielleicht checkt ihr das, wenn ich das hab. Ja? Oder wenn jemand das in der Hand hat. Meinst du? Nö. Wir müssen das hier irgendwie öffnen. Ich weiß auch nicht wie. Ich weiß auch nicht wie. Weil dahinter ist das die Möglichkeit, wo wir alle drei abrufen können. Ja, hier, 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 quasi frei. Aber... Gibt's hier... Wo drauf können die denn platziert werden? Die... Kies. Ich weiß es nicht. Wir müssen irgendwie schauen. Steht ihr nichts dabei? Oh, stimmt, wir kennen auch eine blaue Zelle. Ja, auf allen Blöcken. Die haben die Blöcken dahinter, das sehe ich durch. Okay, ich weiße. Äh, dann... Warte, pass auf. Blaue Zelle auch. Welche haben wir denn noch nicht offen? Okay. Boja, siehst du das? Was sehe ich? Da drüben ist eine Kiste dahinter. Ja. Okay. Okay, das ist das, sage ich. Okay, gut. Kommen wir dann. Eisnachs. Ah, nee. Doorbuster. Der Doorbuster. Nice. Dann kommen wir aus der letzten Door raus. Ich bin gefangen im Untergrund. Nein. Bin du außerhalb der Map? Ja. Nice. Ich bin... Schöne, die Gerne. Guck mal. Man muss ja ausbrechen aus der Map, oder? Ich habe gewonnen. Vor dir, Flo. Guck. Das kann so einfach Eisentür abbauen. Stand nicht in den Beschreibungen von der Map. Der Doorbuster Breaks Everything. Könnte das da ranliegen? Ey. Warum? Ey, wenn du... Hätten wir den früher gefunden, müssten wir gar nicht den Kies mehr finden. Dann können wir das abbauen. Okay, der war alles abbauen. Hä? Das fällt mir gerade auf. Wir hätten einfach nur das Ding suchen müssen. Dann hätten wir easy durchgespielt. Überleg mal. Okay, schau. Jetzt haben wir es. Nice. Stell dir vor, wir hätten Probleme bei anderen. Okay, ich rufe mich ab. Ey, Abba, mach es richtig. Okay. Du machst das schön. Nice. Hä? Den ersten Kiep brauchst du gar nicht. Der hat locker irgendwo den ersten Kiep gezielt. Nein, schau her. Nein, schau her. Okay, wo bist du? Komm her. Ich weiß nicht, wo du bist. Hinter dir. Wo? Der kann auf Grey Concrete Powder platziert. Oh. Da ist Grey Concrete Powder. Wir hätten den Doorbreaker gar nicht gebraucht. Du hättest die Türe mit öffnen sollen, aber das geht gar nicht. Ich verstehe nicht, wieso wir den Doorbreaker brauchen. Der Doorbreaker ist op. Der Doorbreaker ist einfach nur... Okay, du willst die Map nicht spielen. Aber okay, wir sind entkommen. Juhu. Juhu. Castle left the game. Ich bin gecrasht. Sicher, dass du nicht geragequitted wirst? Nö. Ganz und gar nicht. Na gut. Das war es mit dieser wunderbaren... Pfff. ... Ich liebe die Map. Ich auch. Ist wirklich eine meiner Lieblingsmaps. Kann ich nur weiterempfehlen. Falls ihr die Map spielen wollt. Sie heißt Abandoned Isolation, A Prison Escape. Würde es euch nicht empfehlen. Obwohl, es ist nicht so schlecht. Es gab schon schlimmere, glaube ich. Ich würde sagen, dass wir wenigstens... Doorbreaker. Doorbreaker. Doorbreaker ist op. Na gut. Das war's. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Habt noch einen schönen Tag. Tschüss.